Hallo ihr tollen Menschen, heute geht es weiter mit diesem Bild. Das Grün gefällt mir nicht, zumindest das Dunkelgrün nicht und deshalb wird es jetzt erstmal weiß und danach schauen wir weiter. Mal gucken, vielleicht habe ich auch Lust da oben weiter zu machen. Das weiß man immer alles nicht so ganz genau, wenn man anfängt, aber ich lege mal los und nehme euch mit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.